so mit der professionellen arbeiten dass ich noch mal ausregen ich gucke euch zu das hilft uns nur nicht hat sogar nicht anja wir haben in hausfrauen weg ein weg zur wäscher schon lange ja aber nur noch diese woche aber nicht in einem wie du bist ein single der chief den wird jetzt fressen der hochfährt jetzt bladde der chieftel Naja, sie schlug. Naja, sie schlug. Wir kommen jetzt. Heppys ran. Objekt 140 von der Insel. Ran hier. Komme. Stoppt den jetzt mal die Heppys hier aufs Rohr. Nicht auf dem Hügel. Ihr sollt die Heppys da weghalten. Leopard ran jetzt. Mach der Punkt nicht weiter so. Ah. Sie haben den Hügel. Ja, ist mir egal. Hügel cleared jetzt. Wir müssen hier. Chief Dave, 1-Shot, bloody. Heppys zurück. Wenn der Hügel cleared ist, Heppys zurück. Achtung, Kopp. 279F. Ob sie aufs Korn nehmen von O. Von Hügel. Gemäht sofort auf der 279F drauf. Aber schnell. Los, Kopp. Seht zu jetzt. Na ja, brennt. Seht zu. Zack, zack, zack. Das darf sich der Held nicht eingraben. Tomio droppen lassen und nicht bis raus sein. Was denn da noch? Wir kommen. So. Also. Wir jetzt aufpassen, wir auf Hügel sind. Wir müssen jetzt die Heppys da rausnehmen. Diese M4. Die haben noch Schienen stehen da. So, Meht, kommt jetzt. Geht die da hinten raus. 2-7. 2-7. 2-7. 2-7. Kriegt ihr die tot da hinten, die zwei Heppys? Ja, die müssen jetzt die tot kriegen da. Da steht nur E3 hinten. Ja, ist egal. E3 hinten. Wir wollen jetzt die Beine da hinten raus haben. Hier. So, und jetzt hier 7 raus. 2-7. 2-7. 2-7. Könnt ihr mal aufhören durcheinander zu quatschen. Lass Becks reden jetzt. So, hier 7 raus. 2-7. 2-7. 2-7. 2-7. 3-7. Du musst auch mal ein wenig pieken. Fahr mal da irgendwo hin. Neh, ich DEMAZ. Nicht dahin. Nicht dahin. Nicht dahin. Nicht dahin. Waren sollen die M1 trat? Jetzt rüber auf die Insel. Geopård, du erst. Oder erzähl mal weiterind 백신 zurück. Du mit rap into die spät. Was kur inklusive ist der Dow? Stimmen sie bei KLV3 was når man sie in die Christie gewisそう. Genau, dass man sie ist fertig. Die machen wir jetzt platt. Das sollte klappen. Die Heavys können vorfahren und die Schüsse fressen, wenn ihr wollt. Ja, jetzt erstmal nicht. Nein, du gibst Kommando dann. Fertig. Dazu wird auf C1 sammeln. Auf C1. Mit. C1. Datun! Damit euch auf C1. Alle. Außer der Leo. Der Leo bleibt. Da halten wir ein bisschen in der Hinterhand. Ja, ich... Leo. Leo, pass mal auf. Du fährst mal bitte rüber. Aber... Fahr mal rüber. 8-9. Fahr mal auf D8-9. Dann fährst du bitte hin. TS, du pikst oben ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nicht sterben. Klar? So, Metz, seid ihr fertig? Habt ihr einen Turbolader drin? Habt ihr X gedrückt? CS-63. Yes. Gibt den aufpassen und nicht losgehen. So, ihr zieht es komplett rüber, K1. Ist egal. Ihr schießt auf nichts. Ihr fahrt einfach nur rüber. D4-9 fährst du zurück da oben. So, ziehen, ziehen, ziehen. Leo, weiterziehen, komm. Fahr so schnell wie möglich auf irgendwo E... E8, E9. Mels, seid ihr aufgegangen? Noch nicht. Weiterziehen, weiterziehen, K1. Wenn ihr da nicht weiter aufgegangen seid, zieht ihr weiter auf K3. Schieft den jetzt rüber auf den T95 da. Nehmt den raus. Mels, jetzt rechts rüber. Alle auf K3. Und ab. Leo, du ziehst es weiter vor. Jagdpanzer hat. Ja, ja, ihr macht das schon. Kommt. Schieft den raus. Schieft den raus. Schieft den raus. Schieft den raus. Ja, ich hab's gedrängt schon. CS-63, dass die oben droppen. So aufpassen, ob die beiden drei Jagdpanzer da hinten. Da fehlt noch einer, ne? Arti. Ja, genau. Leo, du holst dir die Arti. Deep Dance, ihr geht da auf den K3. Und Conqueror, ihr geht da auf den D3 los. Der Rest holt sich die Jagdpanzer da hinten. Leo, du gehst da hinten auf die Arti. Der D3 hat geschossen. Der D3 hat geschossen. Ja, ja, ich komm, komm, ich komm, ich komm. Nehmt die raus, Uwe. Arti ist los. Der Jagdpanzer hat geschossen. Im Zweiten. Das bin ich auch bisschen durch, eh. Wirklich, stell dich hinter ihm. Bis da wird's nicht wahr sein. Hör dich hinter ihm. Schnauze an, Schnauze. Das ist nicht wahr. Max wird nervös. Ne, ich werde nicht nervös. Ich bin gerade so ein bisschen erregt. Ey. Guck mal. 15 zu 6. Guck mal. 15 zu 6. Herzlichen Glückwunsch für euren ersten Sieg. Ja. Ey. Super gemacht. Dreimal Unterwarnung gebounced zum E3, ne? Ist nicht wahr jetzt. Hört bitte, wenn ich sage, ihr fahrt auf C1, dann fahrt ihr auf C1. Hört bitte auf meine Kommandos. Ich wollte ihn rausnehmen, Blotti, aber ich bin dreimal gebounced. Du musst bisschen links und rechts von Unterwarnung unten schließen. Ich hab zu zentral. Ich bin der Maffe heute raus, ne? Schönen Abend noch. Alles klar. Vielen Dank. Jungs, war der erste Sieg. Schönen Abend wäre ja der erste Sieg. Das ist alles, war der erste Sieg. Hier geht es auch.